Hello, how are you? Ich möchte Ihnen heute um einen Moment über den Kanal zu hören. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen Moment an etwas zu verstehen. Ich möchte Ihnen eine Frage über die Vorstellung des Banges und ich möchte Ihnen jetzt noch einmal eine Frage geben. Was verstehen Sie unter Heimat, Frau Rossi? Meine Eltern sind vor 40 Jahren aus Neapel nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter. Ich bin in Bochum geboren und aufgewachsen. Also bin ich nun eine italienische Deutsche oder eine deutsche Italienerin? Schwierige Frage. Wo leben Sie heute? Heute lebe ich in Berlin, aber wenn ich meine Eltern in Bochum besuche, ist es wie eine Reise in die Heimat. Was meinen Sie damit genau? Natürlich die Familie, aber vor allem das Essen. Immer wenn meine Mutter kocht, fühle ich mich irgendwie zu Hause. Was verstehen Sie unter Heimat, Frau Rossi? Meine Eltern sind vor 40 Jahren aus Neapel nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter. Ich bin in Bochum geboren und aufgewachsen. Also bin ich nun eine italienische Deutsche oder eine deutsche Italienerin? Schwierige Frage. Wo leben Sie heute? Heute lebe ich in Berlin, aber wenn ich meine Eltern in Bochum besuche, ist es wie eine Reise in die Heimat. Was meinen Sie damit genau? Natürlich die Familie, aber vor allem das Essen. Immer wenn meine Mutter kocht, fühle ich mich irgendwie zu Hause. Was verstehen Sie unter Heimat, Frau Rossi? Meine Eltern sind vor 40 Jahren aus Neapel nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter. Ich bin in Bochum geboren und aufgewachsen. Also bin ich nun eine italienische Deutsche oder eine deutsche Italienerin? Schwierige Frage. Wo leben Sie heute? Heute lebe ich in Berlin, aber wenn ich meine Eltern in Bochum besuche, ist es wie eine Reise in die Heimat. Was meinen Sie damit genau? Natürlich die Familie, aber vor allem das Essen. Immer wenn meine Mutter kocht, fühle ich mich irgendwie zu Hause. Ihre Eltern sind vor 40 Jahren nach Deutschland gezogen. Ich bin in Berlin, aber ich bin in Berlin. 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 Richtig Als Kind hat sie in Berlin geliebt. Sie schukkale, sie Berlin ne chilo. A. Richtig B. Falsch B. Falsch Ihre Eltern sind später nach Italien gezogen. Tarpitamota pori italite cholecan A. Richtig B. Falsch Falsch Ein Besuch bei den Eltern ist wie eine Reise in die Heimat. Baume ge dekhte asa, tarka ce zemun nijir desh promon kone. A. Richtig B. Falsch A. Richtig